Also ich freue mich wirklich wieder in Weimar zu sein, nach einer Pause. Und die Welt hat sich geändert. Nicht zum Besseren, würde ich sagen. Ich freue mich, dass wir auch der Mephisto Walzer zum ersten Mal spielen werden. Die Handschrift lag hier in Weimar und hat wahrscheinlich auf uns gewartet, alle diese Jahre. Das kann ich schwer erklären, wie froh ich bin, einfach dabei sein zu können, bei dieser Uraufführung. Und die Leute freuen sich auch. Plötzlich im 21. Jahrhundert ein sehr schönes Stück von List, das man noch nicht gehört hat. Die Staatskapelle Weimar ist ja tatsächlich das älteste deutsche Orchester und das zweitälteste Orchester der Welt. Das an sich keine Errungenschaft, aber es ist halt ein kultureller Wert. Und wir sind natürlich sehr froh, dass wir diese Musik hier in Weimar Weimar haben. Wenn man in die Archive hier in Weimar geht, quillt das quasi über von Handschriften von toller Musik und wir können uns im Grunde genommen vor Arbeit gar nicht retten hier und freuen uns riesig darüber, dass wir diese Sache jetzt mit Kirill Karabitz aufnehmen können. Wir haben dann ziemlich viel Liszt gespielt, also ich glaube so ziemlich alles, was er für Orchester komponiert hat und das ist natürlich für den Klang der Staatskapelle, für diesen schönen, warmen, alten, deutschen Klang wie auf dem Leib geschmiert. Ich wollte unbedingt einen Akzent setzen auf meine Zeit hier in Weimar, besonders auf die Musik von Liszt. Ich sehe die Musiker, ich sehe die Gesichter, ich sehe wie sie musizieren und das macht mir einfach Freude. Die Sprache Musiker, wir wissen ja, dass diese Musik wurde für dieses Orchester geschrieben. Es ist seine eigene Welt, aber es gibt auch sehr viel Wagner, es gibt sehr viel diese deutsche Romantik drinnen und dieses Thema passt perfekt zur Staatskapelle, also sie verstehen das und sie spielen das so wunderschön und so frei. Ich finde das Orchester öffnet sich, so wie eine Blüme. Aber V-Sinfonie ist besonders. Es ist wirklich besondere Musik. Das hat wirklich etwas damit zu sehr verbunden mit Wagner, irgendwie. Es ist immer eine schöne Situation, hier zu Weimar zu kommen. Es ist ein schönes Ort, es ist eine schöne Stadt, mit schönen Menschen, mit schönen Menschen. Und zu arbeiten, in dieser 短 und intensiven Intervention ist für mich ein Freude. Schönen Siem? 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 Drei uns, Drei uns, Drei uns, Drei uns, Drei uns. Untertitelung des ZDF, 2020